Hallo zusammen, das ist das Internet aus der Dose. Es gibt so Muscheln, die sich in ihrer Freizeit am liebsten schnell ein- und ausgraben. Die Leute konnten sie einfach nicht herausfinden, warum die Antenne nicht mehr tut. Beim genauen Betrachten stellte sich heraus, dass ein Riesen-Vorrrat von Eicheln daran schuld ist. Und, hast du gewusst, dass ein Körnchen liebt, wenn man an ihrem Pfädchen herumfummelt? Und hier haben wir noch einen überfluteten Bahnhof in Indien. Albinäule, 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 und dann ist das Video wieder fertig für Höwe. Eichelnäule, Albinäule, Albinäule, und dann ist das Video wieder zuvor. Vielen Dank.